Effizient, schnell, sicher. Der RST, das innovative Transportsystem mit Zukunft. Logistiklösungen von morgen orientieren sich klar an den Prämissen Effizienz, Sicherheit und Ergonomie. Als wichtigen Baustein hierzu entwickelte die Firma KR Porsi Plus Verpackungssysteme GmbH den Rapid Supply Trailer zum flexiblen, innerbetrieblichen Transport Ihrer Ladungsträger. Verbinden Sie den Ort Ihrer Leistungserbringung effizient mit dem Lager durch ein intelligentes Transportkonzept und reduzieren Sie damit Ihre Bestände. Der Faktor Mensch besitzt oberste Priorität bei der Gestaltung des Logistikkreislaufes. Ihn gilt es verbrauchsorientiert mit den benötigten Materialien und den Transportbehältern optimal zu versorgen. Moderne Werklogistikkonzepte basieren heute schon auf der elektronischen Übermittlung der Materialbedarfsanforderung vom Verbauort an das Lager. An einem Umschlagplatz der flexibel gestaltet wird, Wenn die Unterfahrwagen ausgelagert werden kann, findet der Austausch der Leergebinde durch die ausgelagerten Vollgebinde statt. Elementarer Bestandteil des Konzeptes bilden die Unterfahrwagen. Auf ihnen werden die Gebinde nach dem Auslagerungsvorgang abgesetzt. Sie bestehen aus einer stabilen und langlebigen Kunststoffpalette mit vier Lenkrollen an der Unterseite. Durch die optionale hydraulische Auflaufbremse des RST erfolgt eine sichere und ruckfreie Verzögerung. Selbstverständlich erfüllt der RST alle gängigen Sicherheitsvorschriften. Durch seine innovative Bauweise erlaubt der RST eine Be- und Entladung von beiden Seiten. Den RST gibt es in verschiedenen Ausführungsformen. Sie erlauben eine Zuladung von bis zu 800 Kilogramm. Trotz des hohen Gewichtes lassen sich die Gebinde ohne großen Kraftaufwand bewegen. Durch einmaliges Betätigen des Tasters wird das Gebinde angehoben und in seiner Position sicher fixiert. Wegeinformationen können in Abhängigkeit des jeweils vor Ort vorhandenen IT-Konzeptes dem Fahrer zur Verfügung gestellt werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Vierachsschenkellenkung ermöglicht enge und spurgetreue Kurvenfahrten mit Radien von sogar nur drei Metern. Während der Stapler einen Gebindewechsel durch mehrmaliges Auf- und Absetzen der Behälter erreicht, wird dies beim RST durch einfaches Herausziehen und Hineinschieben realisiert. Selbst Engpässe mit anderthalb Metern Breite kann der RST problemlos passieren. Die rollengeführten Unterfahrwagen ermöglichen ein Rangieren am Arbeitsplatz ohne weitere Zuhilfenahme eines Hubwagens. Dadurch steht das Gebinde immer optimal zum Mitarbeiter. So wird die Ergonomie deutlich besser. Während der Stapler noch an seinem Behälterwechsel arbeitet, befindet sich der RST bereits auf dem Weg zu seinem nächsten Arbeitsplatz. Die vorwärtsorientierte Arbeitsweise des RST reduziert das Unfallrisiko und schafft ein Optimum an Arbeitsplatzsicherheit. Effizient, schnell und sicher. Der RST, das innovative Transportsystem mit Zukunft. Aufmerksamkeit.